Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Oui, äh ja, es wird wieder mal scharf geschossen. Ah, nix erwischen. Ich hoffe, das wir ihn erwischen. Wie gibt's das? Versteh einer mal das mit den Granaten nicht. Boom, boom, boomstibum. Ja, wo er in den Hinn ist. So, dann den zweiten noch. Noch, noch, noch. Noch, noch, noch. Wo ist er? Hallo? Ich muss weg. Oui. Kommt er? Oh ja. Au. Boom, bam, bam. Wow. Jawohl. Sehr gut. So. Ich sollte mal öfters die Raketen benutzen. Glaube ich. Wusch, wusch, wusch. Der Wischung hat was. Wischung. Okay. Raketen ist gleich sehr effektiv. Warte, wo sind sie? Da. Rakete, gut. Rakete ist gut. Ah, ja. So. Äh, ja. Da geht's nix mehr aus, ne? Was sind das bitte für komische... Wow. Beutel. Wollte ich gerade sagen. Ah. Nix. Ja. 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 Und da drüben nochmal greifen. Plup. Wieder runter. Boah, das ging jetzt aber flott. Passt. Der ist auch erledigt. Dann gehen wir da die Schuss holen. Plup. So, die zweite lassen wir. So. Da müsste gleich jemand kommen. Boom. Boom. Da haben wir nix. Da hat er die Granaten. Richtig. Da war nix. Wow. Da war ein Plus. Das habe ich total übersehen. Glaube ich. Da ist auch sonst nix. Okay. Haben wir hier sonst irgendwo Leben? Nein. Ein Portal. Ja, schauen wir mal, was es hat für uns. Ja, ja. Fail. Ah, ja. Aha. Poruk. Ja, den nehmen wir gerne mit. So. Heureka. Jawohl. Heureka. Ja. So. Dann würde ich sagen, darauf. Munition. Ja. Wie geht's weiter? Wahrscheinlich hier drüben. So. Vielleicht so. Vielleicht so. Darf der Seite ist nix. Vielleicht so. Und so. Ja. Das schaut nicht so schlecht aus. Oh oh. Fehler. Entschuldigung. Ich hätte rechts weg müssen. Ich habe sie zu spät gesehen. So. Ruck. Oh, ruck. So. So. Ah. Nochmal Falke verliert. Ach, ich und mein Rechtsstick. Der nicht da ist. Ja, ja. So schaut's aus. Na? Ja, ja. Ja, jo. Sorry. Nochmal wegen der Durchzugsstraße. So. So. Das, wie gesagt. Das ist... Es geht nicht anders. Das ist leider so. Na ja. Solange ich mir kein... Sag ich mal, kein eigenes... Kein eigenes Verbände leisten kann, muss ich damit leider auskommen. So. Da war's jetzt lang. Hier war's lang. Da war's lang. Ja. So. Da ist also. Sonst gibt es wieder Beschwerden. Das brauche ich nicht. So. Passt. Jetzt haben wir's geschafft. So. Ja, grüß euch, Granatler. Schön. Mhm. Wieder ein bisschen Leben mehr. Und du auch. Danke. Jetzt brauchen wir wieder Granate von der Werfer. Ah, da trischt mich los, der Gratler. Passt. Könnte aber auch ein bisschen mehr Leben fallen lassen, der Mistfink. Ich schau zuerst mal hier rauf. Oh, falsche Waffe. Das war's langweilig. Das war's langweilig. Das war's langweilig. Passt. So, ich hab keine Ahnung, wo ich hingehe. So. Was ist hin? Schöter. Oh. Oh. Wo ist meine... Nein, ich will mich verstecken. Wo ist er? So... Okay... Okay... Hallo, Rakete von der Werfer! Der ist schon hin. Der ist auch hin. Okay... Ist das scheißlich? Wow! Aha, so ist das auch. Okay. Ja, das war gleich. Wie geht das? Na bitte, eins ist einmal ein Schrotthafel. Dreckiger. Und der Rote? Der Rote ist weg, ne? Ich hoffe, ich gehe hier richtig. Okay, ist die Position. Ich schalte wieder um auf... keine Ahnung was. Wollen wir den mal? Aha. Mhm. Okay. Aha, kann ich hier rauf eigentlich? So nicht. Oder doch? Hm. Wie kann ich hier rauf? Ich hätte gern die Herzen da... Also die Plus halt nicht, sag ich mir Herzen. Ich bin total Zelda geschädigt. Es tut mir leid. Aber jetzt haben wir hier einen Kontrollpunkt und... ... muss es hier weitergehen. Ach, genau. Ja, ja. Wir müssen wenigstens ein Herz hinterlassen können. Das war's, der ist auch erledigt. Okay. Ja. Die Schwede, wir gehen jetzt nicht hier lang, bitte. Das ist auch kein Bösewicht. Hier scheint mir dann auch noch sicher zu sein. Okay. Und jetzt? Aha, ein Stück höher. Ich denke, hier muss man lang. Ein Stück höher kann man in das Wasser überall rein. Okay. Wow. Muss man auch wissen. Sehr gut. Der geht jetzt nicht. Was? Der hat auch im Schiffen gehauen. Sehr gut. Okay. Okay. Wah, Gott, na, ey. Diese Raketen. Fast. Hier, wo geht's hier noch? Das ist jetzt hier ein Raketen. Packen wir das hier? Schaut aus, oder? Meine Güte. Ah, ja. Das gibt's hier nicht. Das gibt's hier nicht. Nein, das ist die Arsch. Ah, ja. Das gibt's hier nicht. Ähm. Ich bin nicht so gut. Ich weiß, dass er kann. Hä? Hä? Ich komme da gerade nicht mit. Ich komme da gerade echt nicht mit. Ich verbrate meine ganze Leben. Keine Ahnung, was die alle können, die Waffen. Ich weiß es nicht. Nein, falsch. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich da um die Herzen nicht habe. Ah! Ich komme da irgendwann mal runter. Ach so. Okay. Verstanden? Hier auch? Warten. Hier wahrscheinlich nicht, ne? Nur drüben. Muss man hier was geschafft haben oder was? Bin ich jetzt auszusehen auf irgendeinen Schalter getreten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm. So, gehen wir mal hier weiter. Was muss ich jetzt nochmal machen? Kann sein ernsthaft jetzt... So. Wahrscheinlich wieder gespawnt, der Mistfink. Gib wenigstens ein Herz, du Gratler. So. 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 Okay. Oh Gott, das will ich gar nicht mit der Waffe Hallo Naja, was soll ich Triff ich was Jetzt sind wir zu fassen, sowas Vierfach markieren wir einfach Ja Blieb, 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 blieb Dort drüben sind wir gekommen Da geht's weiter Wo haben wir sie denn? Da Aha, Lift Okay Wir werden sterben Okay Aha Okay Ist er weg? Ja Okay, der ist auch schon weg Ich mag Raketenwerfer Und weg Jawohl Ist auch weg Okay Boah, wie viele Tünen gibt's denn da noch? Was zum Speichern? Noll, super getroffen Ähm Fast Ja, bitte Ich möchte speichern Ein freier Speicherplatz, bitte Welch eine Wohltat Ja Okay Hochmodern Hier, ne Ich muss mal auf die Uhr schauen Kaum noch Zeit Piep, 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 piep Ja, ja, haben wir noch Raketen? Nein, aber Granat, also Raketen haben wir noch. Ja, Granat nicht mehr so umgekehrt. Ist der jetzt schon mal hin? Passt! Läuft! Ja. Okay, da komme ich auch rüber. Passt. Okay. Na, was mache ich dann? Abgerutscht, Entschuldigung. Okay. So, und jetzt? Hat sich was aufgetan? Hoffe ich. Natürlich schaffe ich es nicht mehr. Einmal Skill und dann das war's. Ich hoffe... Aha, mit Zeit. Da ist irgendwas mit Zeit. Ich muss mich kratzen. Ah, ich sehe schon. Logisch. Mann, ey. Du bist das so ein Arschviech. Aul, sind beide tot. Verdammt. Verdammt, ich hab die Raketen übersehen. Okay, mehr geht nicht. Passt. Passt. Nein! Die Wand. Diese Kackwand. Ich soll die Rakete weg tun. Na, um Gottes Willen, was nehmen wir denn? Die hier. Wah! Oh Gott, hier. Was? Oh mein Gott. Äh... Komm, Raketen. Noch eins. Wah, ey. Okay. Was? Jetzt kommt das Viech zurück. Ach, komm. Es ist wieder unfair. Wo ist denn jetzt mein Raketen? Graffel. Boah, ey. Okay. Da können wir laden. Das ist schön. Ui. Ja. Mal kurz aufs Uli klubschen. Wir haben noch... Äh... Acht Sekunden. Äh, acht Sekunden. Genau. Acht Minuten. Das ist echt... Pfui! Na, warte. Zuerst brauchen wir die hier. Hallo? Krutze Düken. Ja, ja. Waaay, der Kapp. Oh, was ich so gut? Wo was du? Du bist ja? Du bist für dich. So, wie ich auch so gut bin. Wir sehen uns, oder? Es ist nicht mehr, du da. Äh, du da. Oh, du da. Okay, gut. Das müssen wir noch mal machen. Alles, hoch mit dir. Wenn ich zu langsam bin, das will ich nicht schaffen wahrscheinlich. Jetzt. Na, freilich, Ulf daneben. Ach, wirklich doch. Wo kommt jetzt das Sauvieh her? Das gibt's ja nicht. Da kriegst du ein Schirchen, sag ich euch. Boah, geht sich trotzdem aus. Ich hätte hüpfen sollen. Ich habe das Hüpfen vergessen. Ob es mit Hüpfen gegangen wäre, ich habe keine Ahnung. Tja, haben wir es jetzt bald mal. Warobu. Es ist aber auch total interessant. Ich denke immer, ich kriege Damage. Äh, was nehmen wir denn? Die da. Ja. So. Passt. Ja. Nehmen wir es mit. Puh. Gut, das brauchen wir nicht. Gut. So. Rakete. Okay. Ähm, ja. Ja. Weil das Viech im Weg steht, verstehst? Jetzt aber. So. Rüstung. Oh, wie schön. Ein Rüstung. Die ist schön. Ein Rüstung, die ist fein. Waffe wechseln, ich würde sagen, die hier. Oh Gott, das... Jo, eigentlich... Ui. Oh! Aha. Da hinten habe ich was gesehen. Magazinchen. So. Vielleicht da drüben auch noch was? Jo, Granaten. Sauber. Bevor ich rüberhüpfe, schaue ich gleich mal nach, wie es mit unserem Part bestellt ist. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ach du Heilige. Jo. Da rauf, das soll sich ausgehen. Jo, so geht es sich aus. Jawohl, 50 Rüstung. Geil. Oh. War das richtig? Ich hoffe. So langsam. Nicht zu hastig. Oh, Typ. Brauchen wir nicht. Okay. Heureka. Natürlich. Jetzt geht der Weg auf. Natürlich. Raketen. Ja, Raketen. Gut. Rakete. Fein. Ja, das ist auf jeden Fall, dass man runterfällt, ne? Das sind wieder solche. So eine Munition. Okay. Boah, das haben wir eigentlich eh hinbekommen. So. Alter. Boah ey, das war dritten so langsam. Aber sicher ein bisschen verunsichert. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube ich sollte nicht alle weg, oder? Oh, warte. Na warte. Na, okay, das war falsch. 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 Ich hoffe ich kann da rauf. Oh Gott. Ich wollte nur da rauf. Na gut, dann muss ich sie rüber gehen. Na, da geht's gar nicht rüber. Hä? Was ist denn jetzt verkehrt? Hallo? Ach so, muss ich die Krüppel wahrscheinlich jetzt wieder... ...besiegen, ne? Oh Gottchen. Mann, immer die falsche Waffen. Ach komm. Es ist echt schlimm. So, Raketenkacke. Warum darf ich da nicht drauf? Warum darf ich da nicht rüber? Geht es sich da echt nicht aus, was? Kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Das sieht echt nicht aus. Da verbreite ich nur mal eine schöne Rüstung. Ja und jetzt, ne? Jetzt stehe ich an. Da oben will er mir auch nicht drauf lassen. Nein, würde ich es ausgehen vielleicht. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Meine schöne Rüstung. Ah, zu früh! Mann ey, kein Bug. Hallo? Das gibt's ja nicht. Ist das jetzt so gedacht, oder nicht? Da drüben rauf will er mich auch nicht lassen? Jawohl, natürlich ist es so gedacht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Rakete? Rakete. Passt, der muss erledigt sein. Gut. Nochmal Rakete. Passt. Dann muss ich hier noch was geben. Aha. Okay. Okay. Da hinten ist ein Toodle. Ah, okay. Nehmen wir gerne mit. Ich brauche die Leben sowieso. Oh je. Wechsle die Waffe. Wechsle die Waffe. Wechsle die Waffe. Wechsle die Waffe. Waffe. 20.000 Waffen, Alter. Und nicht die, die ich haben will. Das ist echt schade. Dass wir da echt Favoriten oder so gehen können. Das war damals sicher nicht möglich. Genau. Okay. Okay. Das passt. Aha. Was passiert hier? Oh, nö. Aha. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. ist das. Oh, nö. Oh. Ich brauche da. Oh, nö. Rauf gehen tut's nur. Da drüben ist eh klar. Mann, ey. Ja, mach doch. Obwohl ich nur einmal nachschauen, verstehst? Nur einmal schauen und dann nix. So, wie geht's das jetzt hier weiter? Was geht sich aus? Geht sich aus. Oh Gott. Puh, okay. Jetzt wieder... Moment, ich hab Überlänge gemacht, ne? Jep, hab ich. Entschuldigt, bitte, ihr Lieben. Ich beende sofort den Part. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.